Hallo Leute was geht ab ich bin's euer Schäppi heute mit einem ich glaube richtig geilen video ich hoffe es wird euch gefallen ich habe mir größte mühe gegeben das so unterhaltsam interessant spannend und lustig zu machen wie irgendwie nur möglich ich fuchse mich in die ganzen videobearbeitungsprogramme immer noch rein ich bin ja immer noch ganz am anfang von dem ganzen ich hätte niemals gedacht dass ich mich mit sowas überhaupt beschäftigen muss ich hoffe euch gefällt was ihr seht im prinzip ging es eigentlich darum dass ich einem abonnenten live auf twitch vorgestern seine letzten siege macht und dann seine 100er paket aufmacht für die fernkampfwaffen bestechung der wunsch war die xmc oder die peacekeeper das hat vielleicht nicht ganz so geklappt wie gehofft nennen wir es so er hatte auch noch keine nuclear auf seinem kann auf seinem account und deswegen habe ich gedacht okay wenn er es einfach nicht hinkriegt und er war super super nett und hat gefragt dann versuche ich das live wenn ihr gerne morgen beim nächsten pack opening dabei sein wollt einfach twitch.tv schräg schräg schepperfeuer link ist auch unten in der video beschreibung ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid wir sind fast so viele zuschauer wie vorher auf youtube was ich mega geil finde ihr könnt euren amazon prime account verbinden mit twitch dann habt ihr die möglichkeit einem streamer eurer wahl auf twitch ein twitch prime zu schenken sehr sehr coole option ich freue mich mega drüber dass twitch bei ganz ganz vielen sachen viel viel besser funktioniert als youtube und ich habe mir für dieses video wirklich letzte vorletzte nacht größte mühe gegeben ich hoffe es gefällt euch lasst gerne bewertungen da haut gern aber raus wenn ihr nicht habt und macht euch einen schönen abend viel spaß haut rein ernsthaft vielen vielen dank ich feiere die leute die durch happy auf mich aufmerksam geworden sind und immer noch da sind wisst ihr nicht die jetzt einfach nur auf diesen hype mit aufgesprungen sind was ja auch was mache ich mit euch ich meine sieht auch wer spielt er kann einfach rausgehen oder nicht oh mein gott oh mein gott ja genau da habe ich einmal in den laden wo ich gehe spät und das problem war dass ich über wlan verbunden war ich bin im zweiten stopp im halbseck in den haus ähm das problem ist dass ich einen wlan verstärker habe und der manchmal einfach rauskommt und dann packt man sich beim wlan ab weil ich dann über den hauptfutter verbunden werde der einfach dort unter mir ist digga was mache ich mit denen gerade oh mein gott oh mein gott sie spawnen an meinem arsch dran alter in meinem hintern und point oh mein gott oh mein gott was mache ich mit den gegnern heute hilf die ficken mich immer man Hilfe dich jungs oh mein gott 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 Digga, was mache ich mit den? Kicker! Lasst uns mal gucken, was wir haben. Erstmal einen Schluck trinken. Ich würde sagen, wir machen mit der Nahkampfwaffe. Ich habe gestern schon eins aufgemacht für ihn. Okay, Schilderbrecher. Ist ja, glaube ich, eh egal. Luki, deine Tastatur ist so laut. Dein Mikro ist zu laut. Ja, letztlich. Mein Mikrofon ist komplett leise. Ich kann nichts mehr machen. Krass. Rachel, hi! Ah, kommt schon. Gib mir was Gutes, bitte. Meine Abonnenten werden mir nie wieder vertrauen, dass ich für die was aufmache. Echt im Schmachwitz. Ist das eine Argus? Oh mein Gott. Kommt schon, Leute. Wenn das so weitergeht, werde ich nie wieder Glück haben. Ja, Kotti, mach mal lieber, bevor was passiert. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Prime. Kommt schon, Mensch. Das waren 18 Siege, die wir gestern heute gemacht haben. Das war absolutes Schwitzen. Ich will eine Belohnung dafür sehen. Ja, das stimmt, Dasher. Hast du recht. Ben, hi. Mach's gut. Gotti. Ich hätte die Ankündigung früher machen sollen. Ich dachte nur nicht, dass es so... Gut, aus den Kisten haben wir gar nichts. Tauschen wir ein paar Doppelte ein. Na, kommt schon. Zwei können wir noch so öffnen. Ich habe gedacht, das wäre ein Raketenwerfer. Ich habe ein bisschen Angst. Das letzte Mal, als ich es für Luki gemacht habe, war es die Nagelpistole. Naja, davor haben wir wenigstens noch Glück gehabt, die M16 gezogen, aber jetzt gerade haben wir gar keine Waffe. Ben, ich mache das für einen Abonnenten. Und er wünscht sich die XMC, die Peacekeeper oder irgendwas anderes. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Oh mein Gott. Scheiße. 26 Leute am Start. Was geht, Jungs? Willkommen. Geht, Jungs. Willkommen. Was hast du gesagt? Die Galil. Geht doch. Jungs, der Jujus ist gerade auf der Arbeit. Lasst uns folgendes machen. Wir beenden das hier, tun so, als hätte das nie stattgefunden und wir erzählen, dass sein Account gehackt wurde und er keine Waffe bekommen hat. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Menschlich gesetzt, ziemlich abstoßen. Nein, nein, wir haben doppelte Waffen-EP. War nicht? Nadine, willkommen. Dieser Atze bleibt einfach drinne. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so ehrenlos. Er bleibt einfach drinne. Ja. Den Stimmen habe ich jetzt. Hauptsache abfangen. Hauptsache die haben keinen Spaß. Thumbnail? Thumbnail? Ein Thumbnail? Eigentlich. SOS. Ich verstehe es nicht. Luki. Luki im vollen Rage-Mode. Ja, ich glaube, das kannst du auch nicht schreiben. Ich glaube, das ist ein Schnauze da draußen. Luki. Luki im vollen Rage-Mode. Luki. Gleich explodiert das Auto. Digga, sie schmeißen Granaten, Mann. Ich habe keine Trophys. Digga, wie die schwitzen jetzt mit meinem Arsch gefickt. Was die werfen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Digga, was werfen die alles? Hinter uns. Das war so klar, weil ihr alle da rein pusht. Das war so abzusehen. Der Banner ist mega nice. Jo, vielen Dank, Digga. Ich muss ihn raus von Titeln. Ja, Thema Designs, Leute. Ich merke bestimmt, sind wir gerade mega am Auffrischen. Auch bald neue Intros. Und hier kommt noch eine AW-Konnektion. Und noch eine Intel-Konnektion. Okay, ne? Das ist schlimm. Digga, jetzt dieser Knillo ist genauso schlimm. Ach, Mann. Weißt du, in der Lobby kannst du rausgehen, weil du drei Gegner hast, die alle abschwitzen und zwei über drei Gegner hier hat gar nichts tun. In der Killcam sehe ich dann immer aus wie ein Rekrut. Ich hab drei bei der Intel von 0-1 gedroppt seit Juni. Äh, also ich hatte vorher ne, was war, 10.000er glaube ich. Konntest du absolut knicken. Ich bin von Leuten gedroppt worden, die haben mich nicht mal gesehen. Also ich hab sie nicht gesehen. Also ich hab sie nicht gesehen. So, es hat noch 50 Punkte, da hab ich den Aussie. Da ist er. Ja. Dieser Atze ist so hart am Schwitzen. Das ist so absurd. Ohne Dinger. Ich hab wieder Orbi, Jungs. Ich bin so auf 10.000er geweiht. Naja, Mann, Mann, Mann. Dann haben wir mal den Orbi-Hack. Das ist easy. Der eine hat mit Raketen da vorum. Ich hab so Angst vor dem. Guckst du los? Ich hab's geholt. Was? Geil? Von wem? 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 Deiner Raketenwerfer. Ich hab so Angst um mein Leben. Oh mein Gott. Wie er eiskalt drinne bleibt. Wie er eiskalt drinne bleibt. Rhythm war grad so noch's Legacy am Rhythm. Taibo Livestream. Ähm. Versuch doch mal zu gucken, was für einen Ping du durchgängig hast. Ah fah. Richtig gut weggekommen aus. Das war so'n bisschen Tracks. Kann man mitzocken? Na klar Digga. Ist das auch in Rocket League oder? Hm. Schon komisch. Du kannst ja mal nicht zu viel capnen. Aber du wir probierst und wir haben halt immer einen. Und dann hinten die lachen als die Rolle. Ja. 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 Hinter mir. wisdom ist ganz gut zur시ströme auf mich. Hater? striking szk Ark 3 hater jungs Nein, ich bin nicht mal auf dem Level dafür, oh mein Gott, nein, 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 oh mein Gott. Du, ähm, Dennis, ist es okay, wenn da noch einer draufkommt, also mehr als überhaupt Platz drauf war? Digga, wie der schwitzt, um mich zu kriegen. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Jungs, wir müssen gleich B nehmen, wir müssen gleich B nehmen. Oh mein Gott, jetzt C4, Alter. Digga, auf wie viel bin ich? Hater, Hater, Hater. Lass mir den bei C, lass mir den. Oh, Digga. Okay, also es würde noch einer bloß draufkommt, dann ist er am Praxis angeregen. Egal, auf was bin ich denn, Mann. Digga, oh mein Gott. Lass mir den auf... Lass mir den mit dem Raketenwerfer. Danke, Jungs. Oh, oh, Scheiße. Wenn du nuklearst, bist du wieder auf dein anderem Akkonto, oder? Sofort. Lass... Nein, Digga. Hater. Und zwei Kills noch? Ja. Lass mir den bei C, lass mir den bei C, bitte. Digga, auf was bin ich denn, Mann. Ich hab' sie! Yes, Mann! Jujus, Diggi! Oh mein Gott! Ehrenmänner, Leute. Ehrenaktion. Digga, endlich! Oh ja. Oh mein Gott, Mann. Ja, Digga. Hey Rocco, willkommen. Jujus, ich hab' sie endlich. Digga, zwei Tage dafür geschwitzt, wie so ein Wahnsinniger. Pink zwischen 20 und 40, eigentlich ganz gut. Ich glaub', dass Unity Media, die haben ja generell viele Probleme. Oh, Leute, ein bisschen Hype in den Chat, Alter. Ich hab's endlich geschafft, Mann. Ich dachte schon, es wird nichts mehr. Doch, so. Fick dich. Fick dich. Oh mein Gott. Ich hab' die ganze Zeit nicht gesehen, auf wie viel ich bin, ne? Ich dachte, ja, wie lange dauert das? Oh, Digga. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich bin auch gut, was Nuke angeht. Also kassiere immer mal wieder den Nuke. Hahahaha. Irre, Mann. Absolut NS. Jetzt pass mal auf, jetzt bin ich auf. Oh, wie leid, ey. Oh, Gott sei Dank. Viel länger hätte ich nicht mehr schwitzen können heute. Also ich kann auch die ganze Nacht durchschwitzen jetzt. Däh, ich bin so durch. Ja, Mann, endlich. Weißt du, es ist so peinlich. Du versuchst es für drei Leute und schaffst es nur einmal. Bin am PC. Oh, jetzt kommt ein fetter Alert gleich rein. So, jetzt, mal auf. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wo mache ich es nur, wo abonniere ich denn da? Da ist ein Kumpel, da steht, da steht abonnieren. Ne, wo? Ich glaube, ich darf das noch nicht aus. Das ist ein Feld von der Wingen oder rechts abonnieren. Nebenwitz. Nebenwitz. Einmal Bitz holen, einmal abonnieren. Du, meinst du, das ist bei mir auch?